Was geht und willkommen zurück zu Project Hospital. Ja, hier zu unserem oder in unserem Krankenhaus. Ihr seht, ich habe hier schon mal so ein kleines Fundament in der letzten Folge gebaut, weil hier möchte ich gerne meine Notaufnahme erweitern. In der letzten Folge haben wir bemerkt oder auch gesehen, dass die Traumazentren nicht mehr ausreichen, die drei, die wir haben, obwohl wir nur einen Krankenwagen haben. Also das Ziel ist jetzt hier eine Notaufnahme oder eine stationäre Notaufnahme zu erweitern und anschließend einen neuen Krankenwagen zu bauen, weil dann sind wir eigentlich bereit für mehrere Notfallpatienten. Ich würde sagen, wir nehmen uns dafür mal einen Kredit auf, machen wir mal zweimal 20.000 und fangen dann hier einfach mal an zu bauen. Wir brauchen natürlich zuallererst die Wände. Machen wir hier natürlich einmal so, das muss dann einmal bis ganz nach hinten. Hier müssen wir mal gucken, hier müssen wir dann Türen hinklatschen. Aber ich glaube, das passt nicht ganz. Ich muss das, glaube ich, mal ein bisschen drehen. Das ist gerade von der Ansicht ein bisschen schwierig. Also hier kommt der raus. Jawohl, dann machen wir das mal hier so. Zack, zack, zack. Hier kommt dann wieder so eine Wand. So, passt das? Dann kommt hier nämlich eine, ja machen wir mal eine größere, so eine Doppeltür hin. Dann passt das. Dann kommen die hier nämlich durch und dann hauen wir hier die erweiterte Notaufnahme hin. Dann machen wir mal, ich weiß nicht, ob wir hier noch ein weiteres Schwesternzimmer und Bereitschaftsraum machen oder ob wir hier einfach noch weitere Ärzte. Haben wir denn noch Platz? Wir hätten hier theoretisch noch Platz für einen weiteren Arzt. Ich glaube, den werden wir hier auch einstellen. Den werden wir auch brauchen langfristig. Dann nehmen wir mal hier so einen Facharzt am besten. Der Krankenschwestern haben wir keinen Platz. Können wir denn hier eventuell, ja ich würde hier gern ein, ich glaube wir müssen hier wirklich einen Glastisch hinhauen, damit wir mehrere Krankenschwestern platzieren können. Ich würde sagen, wir kündigen mal kurz die Heidi Wimmer oder können wir die einfach, ja komm, wir kündigen mal kurz. So, müssen wir da ein bisschen warten. Machen wir kurz auf Play. Okay, ich habe die Kollegin kündigt, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten. In der Zwischenzeit machen wir hier mal ein bisschen weiter. Wir brauchen auf jeden Fall Raumazentren. Dann machen wir mal, die machen wir mal direkt hier so. Die brauchen wir ja auch nicht neu erfinden, deswegen würde ich sagen, kopieren wir mal direkt die Räume. Und die machen wir dann auch direkt hier, dass die direkt reinkommen, wenn sie hier, ich sag mal, antanzen. Die kommen dann hier mit den Liegen und dann direkt in die Traumazentren rein. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, drei Stück sollte hier auch erstmal reichen. Dann haben wir insgesamt sechs. Bin ich der Meinung, sollte ausreichen. Wenn nicht, dann holy moly können wir eventuell hier oben noch eins hinklatschen. Aber hier oben würde ich schon eher ein weiteres Überwachungszimmer bauen oder so ein Stationszimmer. Das Problem ist, ich glaube, den hier habe ich viel zu groß geplant. Den hier einfach so zu kopieren, ist, glaube ich, nicht so geil. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal, komm, machen wir den Raum mal so. Vielleicht, huch. Ach, ich habe jetzt schon keine Kohle mehr. Na, super. Ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal einen Kredit auf, zweimal. Diesen Platz können wir jetzt hier aber schon mal wegmachen. Zack, dann holen wir hier nämlich einen Glastisch rein. Und da passen dann zwei PCs hin. Sehr schön. Und dann können wir hier nämlich zwei weitere Krankenschwestern einstellen. Nehmen wir mal hier ruhig die Jutta König. Die ist nicht so teuer. Und dann vielleicht eine etwas bessere Station. Nehmen wir mal hier die Kollegin hier. Sehr schön. Und dann machen wir mal hier mit dem weiter. Machen wir hier mal so eine Station. Zack. Ah, könnte vielleicht zu eng werden. Wir versuchen es mal so. Mal gucken. Das planen wir auf jeden Fall. Notfallaufnahme. Hier ist das schon einmal hinterlegt. Sehr schön. Das heißt, wir haben insgesamt sechs Traumazentren. Das ist gut. Hier machen wir dann die Überwachungsstation. Dann müssen wir mal gucken. Sparen wir mal ein bisschen mit dem Geld. Das hier passt, glaube ich, nur ein Bett hin. Wir machen mal eine Wand mehr vielleicht. Oder zwei. Machen wir mal eine Wand mehr. Eventuell kriegen wir dann sogar mehrere Betten rein. So vielleicht. Da kriegen wir dann vielleicht so noch mehr Betten rein. Mal schauen. Wir probieren es mal so. Kriegt ihr da auf jeden Fall noch einen Patientenmonitor. Ja. Und einen Nachtisch. Sieht bislang ganz gut aus. Ja, das ist gelb. Da kommen sie leider nicht mehr ran. Ah, schade. Eventuell, wenn wir das aber so machen. Könnte das klappen. Hier fehlt, glaube ich, noch ein Patientenmonitor. Ja. Ja, das könnte passen. Das könnte passen. Ich glaube, hier kommt dann jeder ran. Die bekommen jetzt alle noch so eine schicke Bettkonsole. Sehr gut. Dann fehlen hier trotzdem noch so ein paar Teile. Und ich glaube, das könnte dann ein bisschen eng werden. Wir brauchen hier noch so einen Defibrillator. Hängeschrank und ein Waschbecken sogar auch. Ich brauche hier auf jeden Fall eine Laborspüle. Das kriegen wir hier, glaube ich, alles gar nicht mehr rein. Vielleicht noch einen Gerätetisch irgendwie platzieren. Nee, dann... Nee, nee. Ich glaube, das wird nichts. Ja, wobei... Probieren Sie mal. ein CAP-Gerät, ein Defibrillator und einen Hängeschrank. Platzieren wir mal hier so. Ja, einen Mülleimer. Kriegen wir den noch irgendwie unter? Und eine Tür. Ich glaube, dann kommen die überall ran, oder? Da kommen die ran, da kommen die ran, da kommen die ran. Das sieht gut aus. Hier sieht es ein bisschen eng aus, aber ich glaube, das funktioniert. Wir lassen es erst mal so. Die werden uns ja schreiben, wenn die da nicht rankommen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Okay, sehr gut. Wir haben noch 16.000. Ich glaube, mehr brauchen wir auch erst mal gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Notaufnahmen tatsächlich erweitert. Das ist gut. Ärzte haben wir halt leider nur zwei. Könnte zu wenig sein. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt. Können wir die irgendwie statt zu kündigen, einfach erst mal kurz dem Arbeitsplatz entfernen? Arbeitsplatz zuweisen? Irgendwie ging das. Können wir hier irgendwie sagen. Personal einstellen. Irgendwie ging das. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Wir machen mal kurz. Mitarbeiter Arbeitsplatz zuweisen. Wenn wir sagen, sie soll erst mal. Was ist denn das hier für ein Arbeitsplatz? Achso, das ist ein Ärztes Zimmer. Wir machen uns ja erst mal hier rein. Und dann können wir nämlich das hier einmal kaputt machen. Zack. Dann holen wir hier einen Glastisch hin. Zwei PCs. Und zwei Bürostühle. Jawohl. Dann können wir die Kollegin dazuweisen. Hier wieder hinhauen. Und einen weiteren Arzt. Notfallmedizin 38 ist ganz gut. Nehmen wir mal den hier, den Rudolf Mansfeld oder Mansfeld. Und für die Nachtschicht nehmen wir auch mal ruhig noch einen. Ähm, relativ günstig. Die Heike Schromer. Sehr gut. Dann sollten wir da gut zu go sein. Dann haben wir jetzt die erweiterte Notaufnahme auch erst mal. Hier lassen wir erst mal frei. Hey, eventuell brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz für Überwachungsstationen und Traumazentren. Wenn das zu groß ist, können wir hier noch irgendwas anderes planen. Aber wir lassen es erst mal in dieser Größe. So, der Patient kollabiert. Den machen wir mal Code Blue. Der hat Herzklopfen. Der braucht auf jeden Fall eine Infusion. Der muss ins Traumazentrum. Ist er schon anscheinend. Einmal Aufnahme TC. TC Infusion. Warum geht das noch nicht? Aufnahme TC ist doch richtig, oder nicht? Jetzt Infusion. Okay, sehr schön. Mirko Karnis. Abhören körperliche Untersuchung. So, wir machen mal ein bisschen langsamer. Das andere, was wir halt machen wollten, jetzt glaube ich im Obergeschoss noch ein bisschen was bauen. Ich glaube, die Radiologie wollten wir erweitern. Und wir merken, wir müssen uns merken, in der Nachtschicht, da wird es problematisch. In der Nachtschicht wird es, glaube ich, eher problematisch. Deswegen, wir sollten vielleicht ein bisschen Geld sparen, um für die Nachtschichten mehr Personal einzustellen. Ich habe gemerkt, die letzten Male, das war dann doch schon ein bisschen zu viele Pop-Up-Nachrichten. War nicht so geil. Okay, Marco Karnis hat dieses Rionaut-Syndrom sehr gut oder auch nicht. Das können wir behandeln. Wir brauchen nur noch knapp 20 Patienten zu behandeln. Dann haben wir dieses CD auch erfüllt. Ich würde aber gerne einen weiteren Rettungswagen kaufen. Kriegen wir das heute noch hin? Es ist gerade mal 9 Uhr, haben wir 20.000, kriegen wir mit Sicherheit hin. So, Michael Steinmann kollabiert. Der hat hier so eine ischämische Herzerkrankung mit Herzfehler. Okay. Der braucht eine Herz-OP, aber zuvor pulsiert hier irgendwie was. Der braucht eine Infusion. Der muss einmal in die Intensivstation, vermute ich mal. Wenn er kollabiert, glaube ich. Ansonsten machen wir gleich mal direkt eine Herz-OP. Schon mal anleihen bei dem Kollegen. Ja, ich denke, wir brauchen insgesamt viel, viel mehr Personal, auch in der Intensivstation. Ich schaue mal ganz kurz. Dieser Kollege kollabiert hier auch. Der muss also ins Traumazentrum. Dehydriert. Er braucht eine Rehydration. Jens Riedel. Das geht hier Schlag auf Schlag. Holy Moly. Das sind viele Patienten. Aber wir haben auch gerade dieses Event. Ein berühmter Influencer wurde in deinem Krankenhaus behandelt. Du erziehst jetzt 25% mehr Patienten an. Das ist schon echt krass. Ich gucke mal ganz kurz in die Intensivstation. Wir haben hier aktuell drei Zimmer. Ich würde sagen, wir bauen hier ruhig noch eine Intensivstation. Die brauchen wir anscheinend. Aber wie bei den anderen Räumen auch, wir erfinden das Rad nicht neu. Wir kopieren einfach dieses Zimmer hier und platzieren es hier so. Zack. Sehr schön. Ich hoffe, die kommen da durch, weil hier ja auch der Fahrstuhl ist. Ne, hier ist gar nichts. Da sollte eigentlich ursprünglich der Fahrstuhl hin. Das heißt, der kann auch erstmal weg, diese komischen Wände hier. Da ist ja nichts. Da habe ich ursprünglich immer so einen Fahrstuhl hingeklatscht. Aber jetzt ist da natürlich nichts mehr. So. Machen wir doch mal weiße Böden. Nicht zu viel, weil zu teuer halt. Wir haben nicht mehr so viel Kohle. Schaut mal, nur noch 3000. Sehr gut. Okay, dann lassen wir mal ein bisschen laufen. Wir haben eine weitere Intensivstation. Das ist wichtig. Da werden wir mit Sicherheit einige benötigen. Wie viele Ärzte haben wir denn hier? Wir haben einen Arzt und eine Krankenschwester. Vielleicht sollten wir hier erhöhen. Wir stellen einen weiteren Arzt ein. Nehmen wir mal die Barbara Ziegler. Und eine weitere Krankenschwester. Dann nehmen wir mal die Jessica Egger. So. Jens Riedel, hat da schon irgendwas? Nein, hat alles nichts gebracht. Okay, bei dem müssen wir auf jeden Fall ein Röntgen machen. Der unteren Gliedmaßen. Und dann lassen wir mal ein bisschen laufen. So, ich habe mal ein bisschen vorspulen lassen. Wir haben aber aktuell nur 14.000. und damit können wir uns leider kein Krankenwagen leisten. Ein bisschen doof. Wir haben diese Kollegin hier. Was hat die denn hier? Machen wir da mal ein Inspektion der Mundhöhle. Und äh, was können wir da noch machen? Ein Pricktest vielleicht? Keine Ahnung. Ich bin am Überlegen, mir vielleicht noch einen Kredit aufzunehmen. Einfach für diesen Krankenwagen, den ich hier unbedingt haben will. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das... Wir kriegen da nicht raus, was sie hat, ne? Ich glaube, da machen wir mal eine Blutabnahme. Und dann will ich hier einmal kurz richtig die Kamera nochmal einstellen. So, jawohl. Sehr gut. Und weißt du was? Wie viel kostet denn ein Krankenwagen? Vielleicht brauchen wir ja keinen Kredit. 50.000, glaube ich. Oder das sind 35.000? Okay. Vielleicht kriegen wir das dann noch hin. 25.000 haben wir. Wir warten nochmal ein bisschen. So, Thrombolitiker oder sowas braucht sie. Wo kriegt sie das? In der Kardiologie. Dann verweisen wir sie einmal. Muss sie dafür stationär aufgenommen werden? Ich glaube nicht. Sehr gut. Lass mal ein bisschen weiterlaufen auf jeden Fall. Also ihr merkt, ich kriege sehr, sehr viele Pop-Up-Nachrichten. Ich kommentiere jetzt nicht alles einzeln. Ne, ihr seht es ja. Das ist also auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Und ich finde es ein bisschen krass, dass die Ärzte das nicht alleine hinkriegen. Also wobei, ich glaube, ich bin ja gerade im Arzt-Modus. Deswegen vermutlich. So, die will gleich gehen. Die wird mal ein bisschen eher behandelt. So, oh, ein Patient kollabiert. Das habe ich gerade übersprungen. So, das ist die Kollegin. Code Blue. Wie gesagt, Lupus oder Angina pectoris. Eins von denen ist halt, sie hat halt noch ein pulsierendes Symbol. Das müssen wir auf jeden Fall aufdecken. Was könnte es denn sein? Ne, hier müssen wir gucken. Das heißt, sie könnte entweder, es könnte vieles sein. Eine Arrhythmie könnte das sein. Arrhythmie. Vielleicht sogar eine Arrhythmie, ne? Aber das geht, glaube ich, nur mit einem EKG, glaube ich, rauszufinden. Macht sie aber auch gerade. Deswegen lassen wir das erstmal bei. So, Maßnahmen abgeschlossen. Sehr gut. Antibiotika in der Chirurgie. Zack. Und ich glaube, stationär muss sie dafür auch eingewiesen werden. Sehr, sehr gut. Ja, ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich vermute, das liegt jetzt auch teilweise an den 25% mehr Patienten. Vermute ich auf jeden Fall. So. So, sie bekommt aber das. Dann kann sie nach Hause. Sehr gut. Ja, wir behandeln aber immer mehr Patienten. Das ist sehr gut. Und guck mal, es warten sehr, sehr viele Patienten. Schaut euch mal an, wie voll das hier einfach mal ist. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der himmlische Wahnsinn. So, was ist das mit dem? Der kann nicht vollständig behandelt werden. Warum? Der muss zur inneren Medizin. Und der braucht eine Bluttransfusion. Ach, ich weiß warum. Wir haben in der inneren Medizin keine Diagnostikabteilung. Deswegen können wir da einige Sachen nicht machen. Wir haben aber hier noch ein bisschen Platz. Vielleicht kriegen wir hier eine Diagnostikabteilung hin. Fünf mal vier. Ja. Ja, kriegen wir hin. Wir machen hier eine Diagnostikabteilung. Why not? Wir machen hier auf jeden Fall nochmal einen Korridor. Das alles natürlich irgendwie so ein bisschen dazugehört. Dann schauen wir mal. Haben wir denn irgendwo eine Diagnostik? Mit Sicherheit hier unten bin ich der Meinung. Ist das hier eine Diagnostik? Das ist eine normale Diagnostik. Das ist eine Cardio-Diagnostik. Die Cardio-Diagnostik haben wir aber auf jeden Fall hier. Jawohl. Das heißt, wir kopieren uns diesen Raum hier einmal fix ab. Und platzieren den hier oben. Sehr schön. Und dann haben wir doch hier glatt mal eine Cardio-Diagnostik. Ich würde aber schon gerne hier einen grünen Tisch haben. Passend zur inneren Medizin. Versteht sich. Und dann können wir den Kollegen hier doch theoretisch behandeln. Transfusion geht immer noch nicht. Warum? Achso, fehlt da ein Arzt? Müssen wir hier einen Arzt einstellen? Ja, doch, müssen wir. Okay, okay, okay. Bio-Cardio-Cardio. Die ist die beste. Nehmen wir Elisa Koch. Sehr gut. Geht immer noch nicht. Vielleicht müssen wir einmal kurz weiterlaufen lassen. Warum geht das immer noch nicht? Wir haben hier eine... Achso, ich glaube, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Ich muss hier natürlich einmal das auch... Zack. Mitarbeiter. Ja, okay. Jetzt hat sie keinen Arbeitsplatz. Aber das kriegen wir schnell wieder hin. Die müsste hier irgendwo... Warte mal. Ich habe doch hier irgendwo eine Personal... Äh, 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 äh. Jetzt ist ja ätzend hier. Wo ist meine Personalliste? Hier. Irgendwo müsste die Kollegin sein, die nirgendwo zugeteilt ist. Spezialistabteilung. Äh, äh, alle Mitarbeiter. Das sind aber nicht alle Mitarbeiter. Die sind nirgendwo zugeteilt. Doch, die sind zugeteilt. Die ist zugeteilt, zugeteilt, zugeteilt. Kann man nicht irgendwo sehen, wo Mitarbeiter nicht zugeteilt sind? Das war... Das war eine Frau Koch, ne? Die wir eingestellt haben. Aber ich finde hier keine Frau Koch. Ist die jetzt gekündigt worden? Ne, die muss... Irgendwo müsste die doch jetzt sein. Wir machen mal kurz auf Stopp. Stopp. Die hier war das. So. Da machen wir mal direkt mal wieder zuteilen. Hier. Sehr schön. Jetzt sollten wir den Kollegen hier aber hoffentlich... Wo war denn der? Hehe. Das war... Uwe Schardt. Der war das. Geht immer noch nicht. Bluttransfusion. Ich hab doch eine Diagnostik jetzt. Büro-Diagnostik. Warum kann ich... Kann ich das immer noch nicht machen? Das ist doch hier jetzt... Das gehört zur inneren Medizin. Ich hab alles. Ich hab ein Büro. Ich hab ein Arztzimmer. Ich hab eine Diagnostik. Ich hab eine Cardio-Diagnostik. Also ich verstehe es jetzt nicht ganz. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Warum ich dem hier keine Bluttransfusion geben kann. Ah. Ich glaube ich muss ihn erstmal stationär einweisen. Und wir haben einfach keinen Platz mehr. Oh nein. Verdammt. Kommen wir hier hinten noch irgendwie hin? Das wäre noch... Hier ist halt noch unverschwendeter Platz, ne? Okay. Ich weiß glaube ich warum. Weil wir keinen Platz mehr haben. Ah. Das ist ätzend. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens woran es liegt. Oh man. Okay. Aber ich würde sagen. Wir machen erstmal einen Cut an dieser Stelle. Es gibt viel zu tun. Ihr merkt es sind... Es ist jetzt... Es geht jetzt immer mehr darum. Sich um die Patienten zu kümmern. Das finde ich irgendwie... Ja. Ein bisschen doof. Ich will mich gerne mehr ums Bauen kümmern. Und die Ärzte machen lassen. Aber die kommen hier anscheinend nicht wirklich klar. Ja. Ich lasse erstmal ein bisschen laufen. Scheffel Geld. Sag danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao. Ciao.